Die mit Staatsgeld gerettete Austrian Airlines hat wegen der anhaltenden Corona-Pandemie auch im ersten Quartal 2021 einen Verlust von mehr als 100 Millionen Euro eingeflogen. Der Flugplan bleibt drastisch ausgedünnt. Die hohen Infektionszahlen und Reisebeschränkungen in Europa bescherten bis März einen Passagierrückgang um 84 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020, als Corona sich begonnen hat auszubreiten. Für die deutsche Konzernmutter Lufthansa gibt es in den ersten drei Monaten heuer wieder einen Milliardenverlust. Bis Ende März hat die Auer 308.000 Passagiere befördert. Zum Vergleich, voriges Jahr im ersten Vierteljahr waren es 1,9 Millionen gewesen. Auf 106 Millionen Euro belief sich der operative Verlust im ersten Quartal 2021. Im ersten Quartal vorigen Jahres lag der Verlust bei 136 Millionen. Im sogenannten Adjusted Abit, das Ergebnisse aus Flugzeugverkäufen bzw. Bewertungen exkludiert. Der Umsatz fällt im Jahresabstand um 79 Prozent auf 61 Millionen Euro. Die Erholung der Luftfahrt geht langsamer voran als zu Krisenbeginn vorausgesagt. Auerchef Alexis von Hönsbrock erklärt, man habe noch genügend Flughöhe. Damit das so bleibe, müssten die geplanten Reiseerleichtungen rasch umgesetzt werden. Das sei für den Aufschwung im Sommer entscheidend. Für die Sommernachfrage stockt die österreichische Lufthansa-Tochter das Streckennetz bis Juli schrittweise auf. Dann sollen 100 Ziele angeflogen werden. Ein Schwerpunkt sind touristische Destinationen. Im März hat die Auer eine Verschärfung des Sparkurses und den Abbau weiterer hunderter Jobs angekündigt, was nicht allein durch natürlichen Abgang möglich sein wird. Ende März zählt die Airline 6.314 Beschäftigte. Der Rückgang um 629 Personen ging durch natürliche Fluktuation vonstatten. Für das Auer-Management ist eine Verlängerung der Kurzarbeit bis 2022 unabdingbar.